ARD Text im Auftrag von Funk Ja, aufzuzeichnen wäre, wenn man ein File streamen kann. Aber mein Bildschirm streamen geht irgendwie nicht. Also es geht fast sogar so. Ähm. Auch mit 30 FPS. Und jetzt, also es ist auf 0.989 zur Zeit. Jetzt 0.999. Das ist eigentlich wie wenn ich... Wie normal fast eigentlich. Jetzt mit dem Aufzeichnen. Aber ich darf im Hintergrund noch ein File nach YouTube streamen. Mit 30 FPS. Aber gleichzeitig... Der Bildschirm streamen... Nachher geht nicht irgendwie. Das ist noch weird. Aber ich nehme auch so etwas damit zu tun, weil... Ähm. Das ist jetzt parallelisiert sozusagen. Also beide Tasks laufen unabhängig voneinander. Aber sonst ist es glaube ich so, dass... Ähm. Hat der eine Taske vom anderen abhängt. Und das das Audio zusammenfügen muss. Und so. Oder WOT. Dass es zueinander passt. Und das ist das, was das Problem macht. Aber ja. Ähm. Ähm. Es hat ein bisschen eine Änderung gegeben. Folge 20 eigentlich die ursprünglich. Ist schon ziemlich schnell abgehackt. Und ich habe mich jetzt noch ein bisschen... Um teleportiert. Ich habe jetzt noch ein bisschen... Ressourcen gesammelt. Und der Grund, warum ich jetzt überhaupt nicht aufnehmen mache, ist... Es hat sich noch... Es hat noch kleine Änderungen gegeben. Ähm. Ich habe... Hier gebetet. Für 10. Und ähm. Jawohl. Ich habe jetzt die Figur. Ähm. Und dass die äh... Erdkraft hat. Habe ich... Die... Jetzt wieder mit Windkraft... Irgendwie an Nemo gemacht. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, welches Setup bauen am besten ist. Aber ich habe jetzt mal das Hexchen verbrannt. Ähm. Die ist noch ziemlich geil zum Holz sammeln. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein heiliger Baum ist oder so. Aber... Haken wir mal dran rum. Ich habe das vor gar nicht. Es ist ja gar nicht ein Baum, in dem Fall. Ah, da könnte ich noch etwas erreichen, mit der Magie. Ja, normalerweise geben die Bäume immer das Holz. Ah, es ist ein bisschen gelegt in der Nacht. Es ist echt super geil, um Holz zu sammeln. Und auch, um es in einem Eisen kaputt zu machen. Das Schwert, das sie hier hat, ist natürlich nicht das Original. Ich kann schon mal in den Figurencharakteristiken herumspült. Ähm, ich weiss nicht, wenn ich jetzt mal ein Ding habe, einen Feuerbogen erwarte ich. Also, nicht unbedingt einen Feuerbogen. Aber ich habe die Figuren nicht mit einem Bogen erwartet. Und darum habe ich jetzt nicht irgendwie ein Feuer oder so abgelegt. Sondern halt die Magie. Aber wenn wir jetzt wieder da hoch gehen. Und Feuer ist auch bei uns mit einem Animo. Mit dem Wind, wenn ich hier den Boden entzünde. Und jetzt bei ihr, ich glaube, das wäre eine Verwirbelung. Also cool sozusagen. Aber ah ja, das auch. Ich kann auch gleich mit den Fähigkeiten vielleicht ein fettes Flammen mehr machen. Aber wenn ich die Ult nutze. Kann ich sogar so einen Feuertornado machen. Okay. Ähm... Ja hier ist geil. Wie geht das denn? Nee. Wo ist denn? Ähm ... Okay. Da geh mal nicht erst runter. Also müssen wir jetzt noch aufpassen. dass ich diese Figuren aktivieren kann. Ich bin schnell abgeholt. Also ich kann mich schützen, wenn ich mich wieder am Ende ausserhalte, in dem man einen Feind hat. Ich kann hier einfach auf Figuren gehen. Naja. Ähm, mit C echt. Ah, Truppe. Da kann ich schnell mal alles machen. Wenn ich es zum Beispiel so mache. Was denkst du, Cutie? Und dann kann ich... Also ich kann sowieso alle Bälle lösen. Aber ich kann das ziemlich schnell so an der... ja, fast unten flyen halt. Auswechseln. Und man sieht schon, es ist jetzt eh nicht mehr ganz auf Stufe 1. Ursprünglich ist sie auf Stufe 1. Aber ich habe sie schon ein bisschen... äh, da hochgestuft. Und jetzt, äh, Max LP hat sie... Ja, also die hat noch mein Max LP. Aber die ist auch höher. Ich weiss nicht, wir könnten sie schon mal direkt auf Stufe 15 bringen. Oder so. Das müsste ich auch gehen. 2-0-7-1. Also... Auf einem... vergleichbaren Level hat sie einmal deutlich mehr LP. Aber sie ist kleiner und... eine Frau. Und ich glaube im Game haben... kleinere Figuren. Und speziell Frauen sind... weniger schnell. Ich glaube und so. Aber sie ist eigentlich so ein bisschen wie eine Tankfigur. So ein... Berserker. Darum habe ich ihr auch mal so ein bisschen... Berserker... Attribute angelegt. Also... Das zuerst. Dann, äh, der Kelch. Da habe ich nichts irgendwie von der Berserker Serie oder so... gefunden. Darum habe ich eigentlich mal irre gehabt. Was macht der? Animo Bonus. Das ist zwar auch nicht das Beste. Ja, vielleicht eher das... Verteidigungsdamage. Angriff. Ja, weil wir da aus... Vielleicht besser. Aber sonst sind nicht überall... äh... Berserker. Ich möchte auch noch ein bisschen... Lussangriff geben. Echt verbessern kann man das da... super gesehen. Vergleichen. Ähm... Ja, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie aus... gerade wie leider das... Dätsel von der Figur... direkt... auswirkt leider. Sondern nur im Allgemeinen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das für Figuren... ich glaube... ich habe da jetzt schon ziemlich das Beste ausgewählt... wo Berserker passt... so ein bisschen zu dem... ähm... Sternbild... weiss ich gar nicht, was das sein soll... oder was das in Zukunft einfach etwas Talente ist... ich glaube... so... irgendwie kann man dann mal... hier etwas noch verbessern... Ja. Ja. Ähm... Ähm... Hapfe... eben... ursprünglich hatte sie... das und das... so... also... Basisangriffe... jetzt wenn es so... ich würde ihr jetzt mal das Beste geben... SCA Bonus... ich weiß nicht was das ist... Schattensbonus auch... aber physischer... Basisangriff... ist 39... jetzt... ist da... der Basisangriff von den anderen auch 39... VTD... was das ist... weiss ich halt nicht... vielleicht wäre da... das fast besser... vielleicht... Verteidigungs... für... Damage... nein... dieses ist ja deutsch... also müsste es... ich kann es nicht genau sagen... für was das steht... auf jeden Fall ist es hier... beim Besiegen... Besiegen eines Gegners... Achtlebenspunkt... wiederherstellen... da... äh... erhöht es den... Angriffswert... mit Stand... mit Standardangriff... und... ja... also... wenn ich... bis zu viel mal einen Angriff oder so... mit dem Standardangriff... habe ich dann noch eine... maximale... Verstärkung... von meinen... von meinen... Angriffswert... ich denke... das ist einfach... recht gut... ich könnte es jetzt noch etwas... verstärken... oder so... mit... ganz gut... alles Stufe 1 Sachen... Plus 9 Stufen... Basisangriff... 65... physischer Schanzbonus. Wie gesagt, keine Ahnung was das ist. Das ist so ein Luba-Fair. Ok, ich mache mir den Smoke für Sekten auf 9 Stufen. Ok. Es sieht ja geil aus. Ich habe das vorher schon ausgerüstet, ursprünglich hätte ich das gehabt. Aber weil ich ja schon in der Welt rumgekommen bin, habe ich noch ein paar Schwerter gehabt. Und jetzt wird es schon ziemlich beist. So 65. Ja. Bei den anderen Figuren könnte ich natürlich auch wieder mal reinschauen. Attribute, Freundschaft 1. Ich glaube, Siana kann schon auf... äh... kann sie noch nicht auch noch etwas aufschlaufen oder... ...einen Skin wechseln. Windgleiter. Ja, da muss man schon etwas schöner haben. Natürlich. Aber ja, wir müssen nochmal bei der anderen Figur... Es ist schon ein Base, wie gut das funktioniert. Während dem Streamen, und ich schaue den Stream sogar gleichzeitig jetzt. Ich glaube eben, dass man die Figuren leveln könnte. Oder die werden dann einfach durch das Nutzen. Ich hätte es hier einfach mal einen alten Fast Approach gemacht. Weil wenn du eine neue Figur natürlich herbringst und die anderen schon relativ hoch sind, im Vergleich bringt es nichts zu tun. Oh, nein. Die goe Grinden. Die goe Grinden. Haha. Es ist genau der Klinge, boge. Okay. Da kann man schon mal etwas besseres nehmen. Aber jetzt auf meinen Händen halt nicht. Du musst nicht erinnern. Das wäre vielleicht etwas für diesen ... ... Ding hier. Plus null Heist. ... 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 Ich will always seek to protect the things that are most important, no matter what it takes. Okay, let's go. Jetzt sind wir also offenbar im Multiplayer-Modus. Schöne Charakter. Peace and good health should be enjoyed by all. If I can provide everyone with a life such as this, I will be content. Äh, was meinst du mit teammates? You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? One cube or two. Okay. 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 Das war's. Das ist eine ganze Chat-Sicht. Das ist eine Frage. Das war's für heute. Die Batterie ist leer. Die Batterie ist sehr wichtig, egal was es braucht, selbst wenn es futile ist. Ähm, wo bin ich jetzt? Also, danke. Ähm... Du gehst Zucker? Ein Küb oder zwei. Du gehst. 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 Zucker, 1 cube oder 2. Zucker. Ah, nice tofuted. Geh! 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 Also wie es aussieht Abenteuer Also so wichtige Story aufzutragen Da kann man multiplieren Und das nicht machen Wir können dann auch So Challenges machen Die in den Höhlen Etc Geh! Und wegen wir eigentlich nur noch Zwei zur Verfügung Ahhhh Warte Wenn man auch in der Truppe ist Kann man nur noch zwei sozusagen auswählen Also Um Ich bin nur noch so Wenn du mir brauchst, werde ich da sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020